Hallo, wir sind aus Hamburg und wir sind extra hierher gekommen wegen dem Bundesfinale Jugendgerät für Olympia. Wir sind hier im Chilango und wir wollen hier gerne Magdalena Neuner sehen. Ich fühle mich in Kallen super an, das ist so viel Autogrammwein, das freut mich einfach. Wir wollen die Stefanie und ich komme. Wir wollen die Stefanie, wir wollen die Stefanie, wir wollen die Stefanie. Party, wir wollen dich freuen, wir wollen dich der Party. La 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 la, das ist so ein schöner Tag. La 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 la, das ist so ein schöner Tag. Ich bin aus Scherpter und warten auf Alexander Rüdiger. Wir sind mit dem Bus angereist und wir freuen uns ganz sehr und sind sehr stolz auf ihn, denn wir sind nur ein kleiner Ort und das ist schon super, dass er bei Andre Lange Anschieber ist. Wir freuen uns ganz sehr, dass das so geklappt hat, dass sie Silber geholt haben und wir sind ganz sehr stolz. Wir freuen uns auf den Bericht. Wir freuen uns auf den Bericht. Alex, Grüß dich! Alles Gute, Alex! Ja, ich gratuliere auch, Alex! Wir wollen trotzdem eine Auge machen. Wir probieren uns, das zu lassen. Wir gehen durch. Ja, wuhuu! Bist du stolz auf deine Fans? Ja, Alex! Das ist alles weg! Also wenn jetzt von hinten noch ein bisschen geschoben wird, fall ich um. Wir haben auch hier beim Landesfinale mitgemacht und wir sind Fan von der Magdalena Neumann. Das ist auf jeden Fall ein Wahnsom. Das hätte man sich niemals so gedacht, so viele Leute auf einmal. Das ist natürlich auch mal ein bisschen mit Stress verbunden, aber das ist schöner Stress. Können wir ein Foto zusammen machen? Danke! Es gibt schon Leute, die auch Bronzemedaillen feiern können. Und da bin ich sehr froh drüber, weil ich glaube, bei einem Olympischen Spiel überhaupt mit der Medaille nach Hause zu kommen, ist etwas ganz Besonderes. Und für viele auch einfach nur, dass es überhaupt nicht geschafft hat, dabei zu sein. Und ich finde es schön, dass das auch Anerkennung findet. Ja, ich schaue auf einen Rollometer. So langsam steigt die Stimmung. Oberhof, seid ihr noch da? Ja! Leute, Oberhof seid ihr noch da? Ja! Und jetzt noch einmal, bevor wir noch ein bisschen Musik von Chary begannen. Das ist eine Laula von vorn nach hinten. Drei, zwei, eins und... Wunderbar! 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 Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese Leistung vollbracht haben. Zunächst bei den Athletinnen und bei den Athleten. Ein ganz großes Dankeschön an die großartige Unterstützung während der letzten 14 Tage hier aus Thüringen. Jetzt haben wir lang genug von Begrüßung geredet, jetzt wird's ernst. Und zur Begrüßung, unser Thüringer oder in Thüringen trainierender Olympioniken dürfen wir jetzt auf die Bühne bitten. Und wo ein Florschutz ist, ist auch ein Wustling im Einzelnen. Und wir kommen zu den Skeletonis. Und dann dürfen wir beiden Herren den siebten vom WSR-Rennsteig aus Waltershausen, Marion Trott. Ja, und dann begrüßen wir auch einen der ganz Großen, der auch keine Kampfstrecke scheut, der immer dabei ist, Andrea Henkel. Ja, jetzt auf der Bühne. Sie hat alles erreicht, was sie erreichen wollte. Und sie hat noch eine Medaille mitgebracht. Und ganz Steinbach-Hallberg hatte Olympiatur. Mit dem vierten Platz, das war ja nicht so weit davon entfernt. Und ja, es klappt halt nicht immer. Und es gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Und das hat mir vielleicht da gefehlt. Und umso schöner war es dann, als wir dann zum Schluss noch zusammen die Bronze-Medaille geholt haben. Mit dem Viererbord vom WSR-Rennsteig, Martin Kutze, Alexander Rödinger. Und er hat seinen Frieden mit Olympia gemacht. Axel Teichmann! Ich war, dass der Zielgeraden war und 49,9 Kilometer hinter mir hatte. Und wie gesagt, die letzten haben nicht mehr ganz so wehgetan. Und mit der Medaille vorm Auge lief es dann etwas leichter. Und die Liederbühne aus dem Kahnke, Jonas Kortl, Stabitmacher, Hans Ejafrang, Dinkke und Axel Teichmann! Und die Teamwettbewerb vom ESC Erfurt, Daniela Anschlitz-Tuch! Und wir begrüßen hier ganz, ganz herzlich vom ESC-Erfurt, erste Stefanie Beckertz! Die ESC-Erfstgebäude, die wohnt und trainiert hier im Oberhof, herzlichen Glückwunsch, Tatkernab Hübner! Ich habe einfach fortführen können und ich denke mal, es gibt da auch so zwei, drei Talente, wo es sich lohnt auch weiterzumachen und das dann hoffentlich in naher Zukunft auch ein Nachfolger gefunden wird. Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! Ja, da kann man mal mitplatschen hier! Das sind sie, unsere Goldverdeidigungsgewinner! Unsere Zeug! Jähteischössch. Uff! My God, weh! 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 Uh! Wuh! Vielen Dank.